Das ist jetzt echt eine coole Chance. Die kriege ich nicht nochmals in meinem Leben. Es war total spannend, mal zu sehen, was die Jungs und Mädels der Wiener Linien den ganzen Tag leisten, was sie bewegen und worauf man achten muss vor allem. Das ist ein einmaliges Erlebnis für mich. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020